Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Zweirad-Ecke. Ihr könnt schon sehen, heute geht es um die neue KTM Duke 125 und wir werden uns mal anschauen, was bringt die so mit sich und wo sehe ich den einen oder anderen Kritikpunkt jetzt schon. Werfen wir als erstes einen Blick auf die Optik. Ihr könnt schon sehen, sie hat sich geändert optisch. Ihr könnt auch gerne mal auf der KTM Seite vergleichen, wie denn die alte Duke aussieht. Die Schwinge hinten hat sich unter anderem geändert. Ihr seht auch, der Stoßdämpfer sitzt hier anders. Der Auspuff sitzt direkt unter dem Motorrad, nicht mehr hinten am rechten Rad, obwohl es hier nochmal ein Bild gibt, wo man sieht, dass der Auspuff rechts ist. Da ist allerdings ein Sportauspuff drauf, also das braucht ihr hier nicht zu berücksichtigen, außer ihr möchtet das so konfigurieren. Ich finde es schade, dass so ein bisschen von dem Orange weggegangen wird. Hier, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, hier ist schwarz-orange und jetzt haben wir blau-orange oder halt blau-blau-orange. Ja, ist nicht so meins. Mir gefällt da wirklich das alte Design der 2023er besser. Aber das ist nicht alles. Kommen wir erstmal zu dem Vorteil. Ein Vorteil ist, dass sie Kurven-ABS hat. Kurven-ABS ist natürlich ein Vorteil, vor allem wenn es nass ist. Ihr geht mal zu scharf auf die Bremse. Also, dann kann es sein, dass ihr da liegt und, naja, das bereuen wir dann im Nachhinein alle. Und da ist es schon cool, dass es sowas gibt, denn auch mit einer 125er kann man über 100 fahren und selbst bei Kurvenfahrten bei 50 möchte man sich wahrscheinlich nicht hinlegen. Zumindest ich nicht. Aber kommen wir mal zu den technischen Daten. Wenn wir das Ganze jetzt mal vergleichen, ich lege das mal so nebeneinander, da sehen wir, dass das Drehmoment sich ein bisschen geändert hat. Das hat sich ein bisschen reduziert. Es sind immer noch sechs Gänge vorhanden. Die Batteriekapazität ist gleich, Flüssigkeit, Kühlung und so weiter und so fort. Der Hub ist ein bisschen größer geworden, aber das ist auch nicht der Rede wert bei der neuen. Und die CO2-Emissionen, naja, da müssen wir nicht wirklich drüber reden. Da ändert sich sowieso nicht viel. Sobald Euro 6 da ist, geht das dann nochmal runter. Der Hubraum ist ein bisschen höher bei der neuen, aber auch nur minimal. Das wird wirklich am Ende des Tages nichts ausmachen. Zum Schrittverbrauch haben wir hier leider noch nichts. Aber wo wir zu einem Punkt kommen, wo ich sage, okay, das hätten sie besser anders machen können, ist zum Beispiel das Gewicht. Wir haben bei der alten Duke, bei der 2023er, ein Gewicht von 139 Kilo. Bei der neuen sind das, wenn ich es hier finde, ich finde es hier nicht, es sind 154, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist schon mal eine ganze Ecke schwerer. Das heißt, Beschleunigungswerte werden geringer sein, vielleicht auch die Maximalgeschwindigkeit. Das kommt dann natürlich noch irgendwo aufs Getriebe an. Ansonsten, ihr seht auch schon die Sitzhöhe, 800 Millimeter. Man kann es wohl auch noch erhöhen lassen auf 820. Aber bei der alten Duke sind es 835, ne auch 830, genau 830 steht hier. 835 ist die Smart Pillen. Und naja, die neue KTM richtet sich somit eher an kleinere Personen. Obwohl der Personenkreis, würde ich jetzt einfach mal schätzen, der in 125er fährt, der durch den B196 gestiegen ist. Finde ich ein bisschen schade. Man richtet sich meiner Meinung nach, wenn ich mich täusche, oder wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Man richtet sich eher an den asiatischen Markt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es sein wird, wenn ich es selbst mal Probe fahre, ob es sich irgendwie anders anfühlt. Vielleicht ist es ja auch deutlich bequemer. Übrigens soll die Sitzbank nicht mehr so breit sein. Die ist ein bisschen schmaler geworden. Das ist auch bei der 390er der Fall. Bei der 390er ist es allerdings so, sie hat 1 PS mehr und ist ein bisschen leichter. Das ist jetzt bei der 125er leider nicht der Fall. Aber ich bin da wirklich mal gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so die Optik findet. Wie findet ihr es, dass die Maschine schwerer geworden ist? Seht ihr einen Vorteil im Kurven-ABS? Oder würdet ihr euch eher die 2023er holen oder eher die 2024er? Die 2023er ist aktuell auch im Angebot. Man bekommt das Ganze aktuell, wenn ihr hier mal auf der Seite guckt, mit einem 500-Euro-Bonus. Das heißt, der Preis fällt was. Wenn ihr ein Vorführfahrzeug kaufen möchtet, dann bekommt ihr es sicherlich immer günstiger. Ist aber auch nicht immer so empfehlenswert. Kommt immer darauf an. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Tobi. Ciao, ciao.